Erster Pflichtspieleinsatz für Lionel Messi bei Paris Saint-Germain. Der Argentinier wurde während der Partie in Reims in der 66. Minute eingewechselt. Er gewann mit seiner neuen Mannschaft 2 zu 0. Kylian Mbappé erzielte beide Treffer. Messi hatte den FC Barcelona nach 21 Jahren verlassen, die Katalanen konnten sich den sechsmaligen Weltfußballer des Jahres nicht mehr leisten.